Was geht ab bald, Leute? Ich bin hier nicht noch einmal. Ich bin hier nicht einfach so wild. Aber es macht sich dann irgendwie aus. Die letzten heute, bei diesem So-Simulator von Leo XG reagieren. Und das machen wir ganz einfach mal. Wer ist für diese Scheiß-Musik? Wer ist für diese Scheiß-Musik? Wenn I kill this, I'm gonna... I'm gonna hear this when it's going to a better be a field. So Leute, Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich gerade im Bus-Simulator. Ich folge jetzt der rote Bus-Simulator, weil... Hallo, ich hab' nicht lieber Lust, vorab da zu gucken. Ich denke, ich hätte was anderes. Jo. Lass' ein Abo, ein Like da. Ich würde mich freuen. Ja. Ich... Ja. Ich mag das Video jetzt gerade um 5.36. Bisschen verspätet, aber macht nichts. Das Video kommt an einem Samstag, also morgen. Also wenn ich's sehe, also wenn ihr... Morgen kommt so. Oh, da sind Plitzer. Ich hasse diese Plitzer gespielt. Ähm, ja. Das Video, was ihr gestern gesehen habt. In Aufnahme heute. Das kam bis zu spät hoch. Das ist jetzt... So, sind die auch nicht gerade hochgeladen. Das ist gerade hochgeladen. Das ist gerade hochgeladen. Ich rückgabe mich auf mein anderes. Ich rückgabe mich auf mein anderes. Ich rückgabe mich auf mein Handycode. Deswegen bin ich gerade gefangen wie eine wilde Sau. Ja. Das ist nämlich jetzt gerade hochgeladen. Checkt's ab. Guckt vorbei. Ist jetzt 7.37 Uhr. Obwohl's um 15 Uhr... Äh, umgehen sollte. Aber... Gab ein bisschen Probleme mit dem Hochladen. Aber das passiert immer. Ja. Putz. Bin jetzt Ferien. Dann kommen aber vielleicht mehrere Videos an einem Tag. Ja. Ja. Und an ihm... Ich freu dich auch auf die Fähre. Wenn euer Tag heute... Ähm, ja. Ihr seht es halt Samstag erst. Nicht Freitag. Aber das macht, denke ich auch nix. Ich bin jetzt, sag mal... in der Busseleitung nach... Kommt dann am Sonntag ein Video, wo ich Rockle zocke. Ich bin jetzt mit meinem Freund ein bisschen Befortenheit. Ja. Und das war's. Ja. Wir machen heute die Fahrt ganz zu Ende. Ja. Da ist mein Kollege. Kollege. Die nette Kollegin. Die nette, hübsche Kollegin. Die nette, hübsche Kollegin. Ich muss es noch nicht so erzählen. Da hab ich noch kein Hüttel gemacht. Das war vor... Ja. Da hab ich... Da hab ich... Irgendwann bei der... Bei dem Bus angestiegen. Bei dem Bus da drüben. Bin mitgefahren. Ich habe mich nicht mehr rausgelassen. Ich muss mit zum nächsten Halbzelle fahren. Da musste ich wieder suchen, wo mein Bus ist. Das war nicht so gut. Aber... Kann man auch jetzt machen. Ja. Fahren wir zur nächsten Vorfahrtstelle. Ich hab jetzt Vorfahrt. Also darf ich jetzt fahren. Ich muss aufpassen. Wenn ich hier menschlich verrühre. So hab ich minus 20.000. Das ist nicht so gut. Das hatte ich nämlich in der letzten... Fahrt gehabt. Da hab ich ähm... 20.000 gehabt. Das war nur 50 Minuten Fahrt. Ähm... Das war die letzte Halbzelle. Und dann auf einmal... Ist der Mensch drübergelaufen. Ich stand an der Ampel. Ist der mit Eier noch über die Straße gelaufen. Und dann hab ich hier... Hab ich... Kamera kasiert erstmal. Ja. Minus 20.000. Ja. Das war's. Ist doch gut. Das ganze Geld hab ich mir gespart. Für den... Für die Aufgaben. Da muss man nämlich Aufgaben machen... Ich muss jetzt äh... Den Erdgasbus freischalten. Bis ich dann... Den... Den Gelenkbus kriege. Weil dann auf Level 15 kriegt man den Gelenkbus. Ja. Playstation kann man das auch gut spielen. Aber auf PC wird's auch... Ist es vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Ich bin Playstation-Spieler. Das weiß ich leider nicht. Ja. Ja. Oh. Oh. Dein Bauch. Ja. Komm auf Ehre. Mache ich doch hier eine Fahrkartenkontrolle. So. Hast du Fahrkarte dabei? Ja. 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 Augenblick? Ja. 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 Wie guck mal wo denn Fahrkarte ist. Klar. Na klar! Hier. Bitte. Äh. Wo man schau auf die Fahrt. Und die Drehperspektive... Ja. Ach, hier. Ja. Alle einsteigen, alle aufsteigen, tschüss, wir sehen uns. Oh, Opa. So, jetzt locket er mal die Tür. Ja, locket keiner die Tür, kann man weiterfahren. Ja, der Glitzer da, den mag ich gar nicht mehr spielen. Wenn es so ruckelt und auf einmal wird man gepletzt, auf wo man nicht so schnell fährt. Wenn man ein Auto berührt, ja, das ist eine tolle Sache. Damit bin ich nicht einverstanden. So, ja, ich hab auch vollen Hunger. Dann ess doch was, aber das darfst du leider nicht essen. Ja, ja, ja. Jetzt fahren wir eine Runde. Die Fahrt geht 24 Minuten. Aber wenn man auf Kreisel verbraucht, braucht man keinen Blinker. Aber wenn man auf Kreisel rausweckt, dann braucht man einen Blinker. Dann merkt man, wie lustig ich bin. Ja, wenn ihr das Video seht, hab ich viel Stress gehabt. Ja. Ich hoffe euch gefällt das Video. Ihr könnt dann auch ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Wir freuen, das Video mit Freunden teilen. Ja. Das wäre sehr, sehr nett. So, ok. Da ist die nächste Haltestelle. Ne, muss ich hier reinfahren. Die hat aber schon, die vorne zu auffahren. Alle aufsteigen. Alle aufsteigen. Alle aufsteigen. Alle aufsteigen. Wie ihr Lust habt. So, ich hab noch eine Minute Zeit. Ok. Wo war ich eigentlich da? Hab ich das nicht verloren. Hier, hier, bitte. Ja, hier, bitte. Ja, hier, bitte. Tschüss. So sieht der Buch aus. MAN, Leon, S, City. Ja. DR, AU, 5X5, G15, MAN. Ja, wie finden wir den Buch? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch gleich zeigen. Kann man noch umändern. Wenn wir das fertig haben. Jetzt zeig ich euch schnell meine Busse, meine ganzen. Ja. Sieg Wallen. Sieg Wallen. Ich zeig euch gleich mal, wenn wir an der Buchhaltsstelle sind. Ui, es ist Schlagloch. Schlagloch. Sorry. Ein Schlagloch. Die sind sehr gerissen, diese Schlaglöcher. Ja. Wenn ihr das nächste Mal das Video seht, bin ich vielleicht schon unterwegs mit einem Gelenkbus. Aber bin ich mir noch nicht so sicher. Weil, je nachdem, wie lange ich mich auflevel, müsste es damit anhalten. Ja. Mann, also fahre ich weiter. Oh, dann geh ich aufs Klo. Aber nicht in meinem Bus. Guck mal schnell. Guck mal schnell. Jetzt hier müssen wir jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Haltestellen fahren wir jetzt noch. Und dann sind wir fertig. Mit dem Fahren zeige ich euch schnell noch meine ganzen Busse. Und dann... Ja. Boah, die gehen immer so nah hier ran. Und deswegen kann ich hier so nah dran fahren. Ui, das rufen diese an. Guck mal. Kino. Tschüss. Ja, sehr schöner Tag. Ich vergesse ich gerade meine... Feststück von unseren Armen zu ziehen. Ok. Zentrum. Ja. Was? Wie ist das? Hm. Die arme Kotze. Die hätten schönem einfallen müssen. Nein, das war's. Ich mag ja Katzen. Und Hunde. Aber Hunde mag ich ein bisschen mehr als Katzen. Jetzt auf einmal willst du halten. Guck mal, das ist ein Typ. Gut, tschüss Opa. Wir sehen uns. Oh, schlimm ist der Herr ran. Wo, 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 wo. So. Hätte ich immer hinterhergefahren sollen. Opa, hier. Opa. Du hast doch Altersdemens, oder was? Wie läuft'n du da rum? Du hast in die Hose geschissen. Opa. Opa. Hast du Altersdemens? Das ist ja schon dein... Dein Wochenfall vergessen. So, hier. Na, na. Na, na. Opa. Du hast ein Altersdemens. Das... Du hast ja seine Taschen bevor das... So, 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 so. Geht aber gar nicht. Das geht aber gar nicht. Ich hab auch schon mal mein Anzug in der Band vergessen. Aber das war... Ja. Egal. Opa vergisst seine Tasche, obwohl Opa noch viel älter als ich spricht. Opa. Was musst du Autos machen. Warum machst du Fotos machen? Sind wir mit Schubs? Sind wir mit Schubs. Sag Vergleich. Warum duh Foto gemacht? Nicht Foto machen. Verboten. Blinker-Setzen. Danke, dass du mich auslässt. Und ab geht der Peter. Altes Sägewerk, da kenne ich auch ne Story, da war ich sehr viel Feier, als Busfahrer natürlich, das fehlt nicht irgendwelchen Leben. Hast du gestern das bisher vom alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal verrückt. Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Ich war gestern arbeiten, hatte Nachtschicht, deswegen konnte ich leider nicht kommen. Ich habe auch ganz viele Gäste hingefahren. Die Schlagfläche. Alter Sägewerk. Ciao, gehe ich schon feiern. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich zumachen? Wir sehen uns dann. Fangen wir jetzt nach. Nächster Halt. Flussrumenade. Winzerische Verschottenhabe. Wenn nicht, dann Pech. Egal. Töter Reifen. Diese Schlagfläche mag ich gar nicht im Bus. Tachow rausgemacht. Jetzt habe ich Tacho wieder reingemacht und jetzt mache ich die Motor dahinten drauf. in die Kuwe gefahren einmal jetzt hat der Kuwe noch verflö DH weil ich war ja Prozent Dönner, Köftischbies Das ist ein Street-Food Ja, finde ich auch, gell? Wohin wolltest du denn laufen? Hm, lauf doch gerade aus! Setz dich mal gut hin Bequem Ich glaub gesund ist es nicht was du da machst, oder? Okay Ah, hier, hier, bitte Hast du den Film vergessen gemacht, oder? Hm, Ampel Fischgrund Da war ich früher mit meinem Enkel angeln Was heißt früher? Bin ich jetzt immer noch angeln? Wie ich gerne angeln Uh, 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 uh So, rutsch Aber hier überwandfahren Ich hab' gar keinen guck, ob wie jemand hätte das eingestellt Ui! Ich weiß sogar, Morini soll auch wie du bist Oh, die letzte Haltestelle, oder vorletzte Haltestelle Den Busch erwischt noch, Moment Noch 48 Sekunden, dann fahr ich weiter Also, mir ist es locker noch geschafft Komm, mach' noch die Fahrkartenkontrolle Ja, noch klar Oooh, Nekle Ich hab' Ihnen meine Fahrkarten schon gezeigt Sorry, ich bin auch nur ein Mensch Was? Ja, was! Hosen, Anna und Anna Gulen Tag Hier, Hosen, Mann Oh nein auch Oma komm mit Rücken um ein Auge zu bitte, guck mal, wenn es zu wenig ist, mag es wenigstens ja, wenigstens eine Fahrkarte dabei ich bin wie du auch mal Oma das darfst du nicht noch mal machen Endstation wird auf aller Aufsteigen bitte also, ich will jetzt Feierabend nämlich machen fiel auf zu meinen 365 Kindern zu meinen 365 Kindern muss ich leiden nach Hause hast kaum blinker da muss ich mich versorgen meine 365 Kinder 6 Minuten brauche ich bis dahin? ja, okay, jetzt könnte er hin kommen hier können wir ja 70 fahren, hier können wir schneller fahren hier können wir so gut drauf ausmachen oh, dieses scheiß Schlagloch Schlagloch, endlich das darf nicht noch mal passieren, Captain das darf nicht nur noch 50 fahren so, so, so ich darf jetzt nur noch 50 fahren oh schon der, ja, das sieht so komisch aus da ja komm, 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 komm wir zu vollgassen komm Mann Fahrgast leise Musik, Mann nee, ich hör es auf Ups, das war wohl 2.000 weniger Geld als was, von 4.000, das war 4.000, dieser Fahrgast triggert mich gerade. Mann, warum musst du da essen? Oh, das ist echt, wollen wir die Polizei anrufen? Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch was habe. Ich weiß nicht, ob ich noch vergessen habe. Oh, oh, nein. Nein, nein. Nein, Sie sind eingeschlafen. Oh, Oma, Mann, doch nicht eingeschlafen. Entschuldigung. Guter Busfahrer. Astra Park. Versuchsspeicher. Was? Ich bin nicht die miteinander mit. In dem du eingestiegen bist und mit uns gefahren bist? Oder wurdest du von Aldi her teleportiert? Wir können hier mal checken. Komm, ich hab jetzt keinen Bock drauf. oh man ich habe ich habe Oh, da ist ein Arbeitskollege von mir. E1, Nervo Berg. Ich habe jetzt keiner gesehen, wie der fährt. Das sind die letzte Lupe. Schön mit Öl, Schaum mit V. Ja, ich kehre gleich zurück. Ich gehe noch ein bisschen sperren. Sperren. Sperren, sperren. So, jetzt fahren wir zurück zum Depot. So, zum Bus Depot. So, zum Bus Depot, genau. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, was Büsse ich alles habe. Genau, wie viel Geld ich habe, wollte ich euch zeigen. Das sieht man da oben. Das sieht man da oben, links, rechts oben, bin ich mir sicher. Aber irgendwo sieht man es oben. Müssen wir gleich hinschauen. Und ja, dann kam jetzt im Bus Depot zurück. Und dann zeige ich euch alles, was ich habe. Hier. Handbremsen brauche ich doch nicht mehr. In die Kurve fahren. Mit Lenkbus müsste ich dann so machen. Mit Kurve nehmen. Aber mit dem normalen Bus brauche ich eigentlich nicht so hart nehmen. Weil der Lenkbus hatte doch mehr Schwung zum Ausholen. Und dann braucht der ja gleich mal ein normaler Bus. Och, die gehen sogar automatisch hoch. Oh, ich habe es geschafft. Oh, 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 oh. Oh, und wie viel habe ich erhalten. Oh, und neue Sticker. Level 10. Noch fünf Level dann. Guck hier oben. Rechts, sieht hier das. Zwei Angestellte, vier Busse und Geld. Na ne, war es dann in der Kontostamm. Ähm. Angestellte habe ich einmal Reinhard Elam, Anja Bustipu, einmal den hier habe ich, dann den hier, den hier habe ich dann nochmal, aber ein bisschen anders lackiert. Und den hier dann, das war es dann, ja, das war es dann, und das ist jetzt der normale, dann ist der das, den will ich, den muss ich mir freischalten, 12 Meter, das ist ein Detail, steht hier auch drin, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Wendekreis, Motor, Motortyp, Erdgas, genau, Erdgas, ein Erdgas, so, ein Bus, und dann kommt der Gelenkbus, und dann kommt hier nochmal der, ach genau, nee, noch zwei Level brauche ich, dann habe ich den Gelenkbus, muss halt die Aufgabe machen. So Leute, so Leute, das war es jetzt mal ein Video, ich hoffe, ihr lasst eine Bewertung, ein Abo, ein Like, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und cheerio, Amen.